Herr Scholz soll im Kabinett beschließen lassen, dass die Ministerien mit aller Kraft daran arbeiten, dass so viele Waffen wie möglich geliefert werden, auch schwere Waffen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit Blick auf was passieren könnte, das habe ich ja auch eingangs versucht zu sagen, wir wissen es nicht. Niemand in diesem Haus, ich glaube niemand auf der Welt außer Herr Putin selbst, kann zu 100% sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Wir werden sieze ihre Yachts, ihre Lugzury Homes und andere illbegotten Gains. Ich bin fest überzeugt, wir werden ihn gerne machen. Wir werden ihn gut machen. Auf der einen Seite sind die derzeitigen politischen Mehrheiten und auf der anderen Seite ist die ökologische Wahrheit. Wir wollen, dass in diesen vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß. Wir werden uns weiter für sie einsetzen. Wir werden uns weiterverleten. Wir werden uns weiterverleten.